Satiniertes Nickel trifft auf Ahorn-Optik. Das ansprechende und moderne Design des Energiesparventilators Stratus von AirRider wirkt innovativ und setzt Akzente in jedem Raum. Im Ventilatorgehäuse aus satiniertem Nickel arbeitet ein stromsparender Gleichstrommotor und treibt die vier Ventilatorflügel in sechs wählbaren Geschwindigkeitsstufen an. Der energiesparende DC-Motor bietet die gleiche Luftleistung wie herkömmliche Deckenventilatoren, verbraucht aber bis zu 50% weniger Strom. Die Drehgeschwindigkeit kann dabei ebenso wie der Laufrichtungswechsel bequem über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gewählt werden. Passend zum energieeffizienten Grundkonzept verfügt der Stratus über eine integrierte LED-Deckenleuchte. Bei einer Lichttemperatur von 4000 Kelvin und einer Lichtleistung von 1200 Lumen verbraucht das LED-Panel nur 17,5 Watt. Der Gleichstromventilator Stratus ist in zwei Modellvarianten mit jeweils unterschiedlichen Flügelformen erhältlich. So kann zwischen abgerundeten und spitz geformten Flügeln gewählt werden. Sowohl optisch als auch technisch überzeugt das stimmige Gesamtkonzept des Energiesparventilators Stratus von AirRider. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017